Willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist BILDNER TV. Ihr habt gerade beide Hände voll zu tun, wollt aber, dass euer iPhone etwas macht für euch. Na, dann sagt es einfach dem Smartphone, was es tun soll. Zum Beispiel Taschenlampe einzuschalten. Wie das geht, die Stimmkurzbefehle, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Willkommen, ich bin der Thomas. Ihr seid hier bei uns bei BILDNER TV. Wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Mit dem Betriebssystem iOS 18 bei euch auf dem iPhone könnt ihr ein bisschen Arbeit delegieren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt nämlich dem iPhone sagen, was es tun soll. Dazu gibt es die Stimmkurzbefehle. Die richten wir uns jetzt mal ein und zwar mit zwei Beispielen. Beispiel Nummer 1, da wird es ein bisschen heller hierherin werden. Ihr findet die Stimmkurzbefehle in den Einstellungen. Also gehen wir hier mal bei uns am iPhone in die Einstellungen und brauchen hier die Bedienungshilfen. Bedienungshilfen wählen wir aus und bei den Bedienungshilfen gehen wir etwas runter in den Bereich Sprechen. Und bei Sprechen haben wir hier die Stimmkurzbefehle und die müssen wir jetzt als erstes einrichten. Sprich, das Ganze erstmal zulassen, dass wir diese Funktion nutzen wollen. Denn, natürlich für euch zur Information, wenn ich die Stimmkurzbefehle einrichte, hört das iPhone immer zu und wartet eben auf diesen Befehl. Dessen muss man sich bewusst sein. So, Stimmkurzbefehle richten wir jetzt ein. Gehe hier auf Fortfahren. Kann jetzt hier auswählen, welche Funktion soll denn passieren. Und als erstes wollen wir die Taschenlampe, dass die eben auf einen bestimmten Sprachbefehl reagiert. Und ich kann hier eine eigene Phrase festlegen. Und zwar schreiben wir hier, es werde Licht. Immer wenn ich dann in Zukunft es werde Licht sage, soll eben die Taschenlampe bei mir auf dem iPhone eingeschaltet werden. Oder wenn ich ihn nochmal aktiviere, diesen Sprachbefehl, wird die Taschenlampe wieder ausgeschaltet. Also, ich habe es hier mal eingegeben. Es werde Licht. Im nächsten Schritt muss ich jetzt das iPhone auf meine Stimme und auf diesen Sprachbefehl programmieren. Das mache ich dreimal. Es werde Licht. Es werde Licht. Es werde Licht. So, wir sehen es. Aktion ist bereit. Gehe hier auf Fortfahren und kann auch den Bereich der Stimmkurzbefehle wieder verlassen. Dann probieren wir das Ganze mal aus, ob es denn wirklich Licht wird, also ob die Taschenlampe angeht. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Eigentlich schon. Halt das mal so in die Kamera. Wenn ich jetzt sage, es werde Licht, schaltet sich die Taschenlampe ein. Und wenn ich jetzt nochmal diesen Sprachbefehl durchgebe, es werde Licht, schaltet sich die Taschenlampe auch wieder aus. Ist eigentlich eine ziemlich nützliche Funktion, wenn man gerade irgendwie beschäftigt ist und man braucht plötzlich das Licht von der Taschenlampe, kennen wir ja beim Heimwerken zum Beispiel, dann reicht eben dieser Sprach- oder Stimmkurzbefehl aus. Wir wollen gleich noch eine zweite Situation uns ja quasi ausprobieren. Vorher aber ganz ohne Stimmbefehl und zwar einfach nur mit einem Klick auf die Homepage. Schauen wir mal bei uns im Shop vorbei auf bildnerverlag.de. Da findet ihr unser aktuelles Buch zum Betriebssystem iOS 18. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, um mit eurem iPhone euch perfekt quasi im aktuellen Betriebssystem zurechtzufinden. Auch geeignet für alle Einsteiger. Also wenn ihr jemanden kennt, der sich gerade ein iPhone zugelegt hat, gewechselt hat vielleicht von Android auf iPhone, dann ist dieses Buch das perfekte Geschenk. Kann ich euch wirklich empfehlen. Einkaufen bei uns im Shop, unterstützt uns auch hier sehr mit den Videos und schreibt am besten gleich noch einen Kommentar unter dieses Video. Dann könnt ihr auch noch gewinnen. Jede Woche gibt es da ein Buch aus dem Funax-Programm. Jetzt wollen wir noch einen zweiten Stimmkurzbefehl uns einrichten. Also man kann wirklich mehrere hinterlegen. Wichtig nur an dieser Stelle, Tipp von mir, verwendet eine Phrase, die ihr nicht im Alltag so häufig verwendet. Denn das iPhone hört ja zu und wenn ihr zum Beispiel öfter mal sagt, ich habe Hunger und irgendeinen Befehl hinterlegt habt, dann reagiert natürlich das iPhone. Also nehmt eine Phrase, die nicht so häufig vorkommt, aber die man sich auch gut merken kann. So, nächste Stimmkurzbefehl, gehen wir wieder in die Einstellungen bei uns auf dem iPhone und wählen hier wieder den Bereich der Bedienungshilfen. Und bei den Bedienungshilfen brauchen wir den Bereich Sprechen und hier wieder Stimmkurzbefehle. Einen haben wir schon, wir fügen eine Aktion hinzu und wollen jetzt, dass das Handy sich sperrt. Also wenn ich irgendwo das Handy liegen sehe und denke mir, ich verlasse jetzt den Raum, möchte, dass es sich noch quasi sperrt, den Sperrbildschirm aktiviert, dann kann ich das eben auch per Sprachbefehl dem Handy sagen. Also ich wähle hier Bildschirmsperren, gebe jetzt hier den Befehlsnamen ein. Ich sage jetzt einfach mal Handysperren, gehe auf Öffnen, Handysperren, Handysperren, Handysperren. Also auch in diesem Fall wieder musste ich dreimal diese Phrase dem iPhone vorsagen, damit es auf diesem Befehl trainiert ist. Bestätige jetzt das Ganze mit Fortfahren. Verlasse jetzt mal das Handy, ist jetzt offen, ist nicht gesperrt und jetzt führe ich mal ganz einfach diesen Sprachbefehl aus, diesen Stimmkurzbefehl und sage, schauen wir mal, was es macht. Handy sperren. Und wir haben es gesehen, oben wird dann auch der Befehl oder die Aktion, die passiert, kurz angezeigt und dann sperrt sich in unserem Fall der Bildschirm. Also eine doch auch sehr, sehr praktische Funktion. So, wir haben gesehen, wir können die Taschenlampe zum Beispiel mit einem Stimmkurzbefehl programmieren. Manche haben die aber auch auf dem Sperrbildschirm vorne hinterlegt als Schnellfunktion. Aber auch diesen Sperrbildschirm könnt ihr jetzt ganz neu mit iOS 18 belegen, wie ihr wollt. Wie das geht, welche Möglichkeiten es da gibt, das zeige ich euch hier in diesem Video. Drauftippen, weiterschauen, hier mit uns mit BILDNER TV. Drauftippen, weiterschauen, hier mit uns mit BILDNER TV.